In Bayern können sich die Bürger darauf verlassen, der Staat tut alles Menschenmögliche für ihre Sicherheit. Wir erwarten dringend, dass auch der Bund und Europa offensiv agieren. Jetzt muss gehandelt werden. Konkret heißt das, dass wir 2017 bis 2020 jedes Jahr zusätzlich 500 Polizistinnen und Polizistinnen einstellen. Wir haben insgesamt also 2000 Stellen für spürbar mehr Präsenz und Sicherheit. Wir stärken unsere Observations- und Spezialeinsatzkräfte personell und rüsten sie mit modernster Technik aus. Wir intensivieren die Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität, unter anderem durch Einsatz von mehr Internetpolizisten. Wir wollen damit eine stärkere Überwachung und Kontrolle des sogenannten Darknetz erreichen. Wir verbessern den Schutz der Kinder vor den Gefahren des Internets. Die Polizei wird ihre Kapazitäten im Bereich der sozialen Medien ausbauen, um Bürger sofort vor Gefahren zu warnen und zu informieren. Wir werden die Videoüberwachung etwa an Bahnhöfen, in Zügen des öffentlichen Nahverkehrs oder an gefährlichen Orten ausbauen. Gewalttätige Angriffe auf Polizisten, Justizbedienstete und Rettungskräfte müssen wesentlich schärfer bestraft werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017